Habt ihr ein Zwerg geheilt? Ich hab jemanden befreit. Ah nein, hier ist ein Stecher. Stecher, scheiße. Ja, danke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warhammer Vermintide 2. Ab jetzt wird das Ganze etwas schwieriger werden, denn wir spielen jetzt den Schwierigkeitsgrad Veteran. Wir fangen natürlich wieder bei der ersten Mission an. So viel kann ich schon mal verraten, es wird sehr spannend. Ich wünsche euch viel gute Unterhaltung und los geht es. Anstrengend genug gewesen. Und noch ein Gunner, glaube ich. Ne, so ein Gas-Typ. Gas-Rat. Irgendwie in der Truhe hier ist nie was, ne? Versinnlos. Wow, so ein Doppel-Akt-Typ. Jetzt nicht mehr. Hier, jetzt ein Fass. Hier, Fass. Ich nehme so ein Fass mit. Ich kann den ja gleich mit meinen... Warte, mit meiner Super-Attacke. Oh, der will gleich kotzen. Ja, jetzt nur nicht. Jetzt. Komm, du Dreck-Sau. Jetzt legt er sich hin. Komm, wir schaffen wenigstens das Gelbe wegzumachen. Autsch. Okay, jetzt hat er weniger als die Hälfte. Au. Oh, oh, jetzt kommt so eine Welle. Ja, die kommen von hinten. Ja, ja, ich versuch. Ich höre es für die auf dem Netz. Okay. Ey, da liegen, äh, Heilungen, glaube ich. Hat einer verloren, oder was? Achso, du meinst hier bei dem... Hier, guck mal, zwei Heilungen. Ja, ja, nimm eins. Hast du eins auch genommen? Ja. Okay. Wie schnell war der? Wie schnell war der denn tot? Ja, ich habe auch noch mit meinem Superschlag geschlagen. Ah, okay. Aber du hast den letzten... Ich habe mich schon gewundert, wie schnell der tot war. Okay, zumindest haben wir schon mal einen Boss. Ja. Also, ich finde, der Hammer, der kann die Gegner so ein bisschen aufhalten. Also, ja, wie soll ich sagen? Die sind so ein bisschen irritiert nach dem Schlagen. Das ist gut. Okay. Ja, in der Truhe ist natürlich... Oh, fuck! Assassin! Oder sowas. Hinter mir. Ja. Ja. Wo? Ja. Wo? Ja. Wo? Ja. Ja. Ah! Ich habe den Schlag, habe ich den weggehauen. Ja, ich habe den noch einen super Schlag gegeben. Geil. Aber ich glaube, ich heile mich... Also, diese Heilungskit, das halte ich komplett, ne? Ja. Ja, dann tue ich das erst am Ende. Also, wenn ich kurz vorm Sterben bin. Ja. Ja, ja. Wir müssen echt irgendwie zusammenbleiben. Oh ja, warte, nichts aktivieren. Wartet mal eben. Ich brauche noch ein Heilungsgetränk. Hier ist eins. Okay. Jetzt bin ich voll aufgeladen und... Ja, okay. Lass mal hier. Lass mal hier. Komm mal hierhin. Lass mal hier so. Weil, jetzt können wir eigentlich nur von links oder von rechts kommen. Okay. Ich nehme die rechte Seite. Ich nehme die linke. Oh, ne, noch so ein Gunner. Okay, links ist klar. Rechts ist auch, äh, sauber. Okay, Gunner ist weg. Okay, da kommt so ein Ritter. Ich bin fast tot. Boah, Alter. Die Ritter halten voll viel aus. Ja, ich bin tot. Aber ich glaube, ich bin... Vorsicht, da kommt so ein Sturm. Kommt so ein Sturm. Jo, ich bin... Ja, ich bin fertig. Ich bin wieder da. Okay. Okay, der Fettsack ist tot. Noch ein Fettsack ist tot. Meine Superattacke hat irgendwie gar nichts gebracht. Ich glaube, wir werden wieder sterben. Ja, das könnte sein. Ja, ich bin tot. Ich noch nicht, aber... Einer schreibt, ich... Geist! Einen habe ich gerettet. Scheiße. Den Zwerg kann ich noch retten. Mhm. Ja, dann... Ja, ich bin nicht tot. Ah. Okay. Dann ist wenigstens nur einer tot. Au! Die Sau! Nimm mal eine Kralade, ihr Schweine! Wir müssen wenigstens heute die eine Mission schaffen. Vorsicht, da ist ein... Achso, ich glaube, das ist ein Fehler. Hier liegt ein Heilungsding einfach so auf dem Boden. Ja, das war von mir. Danke. Weil ich... Wenn ich gestorben bin, dann lasse ich das hier fallen. Deswegen. Stimmt, ja. Okay, Leute. Wir sind wieder im Spiel. Oh ja. Wir brauchen alle Heilungen, auf jeden Fall. Das ist echt schwierig. Oh. Oh, oh. Äh? Achso. Oh, das sind diese grünen Viecher. Wow, das sind voll die Assassins. Boah, die sind richtig brutal. Halten echt was aus. Okay. Ich nehme mal so ein Fass mit. Was war das? Hm, irgendwas Hinterhältiges, oder? Ja, ich glaube, ich glaube, das ist so ein Gander, oder? Irgendwie sowas. Also Heilung wäre jetzt vielleicht nicht schlecht für mich. Ja. Oh. Hier liegt Heilung. Warte jetzt. Ach? Drei Stück. Ne, drei Stück. Komm. Ich bin tot. Schnell, schnell, schnell. Oh, warte. Schnell, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Hier, 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 hier. Jo, danke. Hey, wo seid ihr? Ich stehe hoch. Okay, ich bin nach oben. Komm mit. Komm mit. Okay. Oh, oh. So ein Entführer. Ich habe ihn erledigt. Ich rette mal die. Person hier. Ich höre irgendwelche Ritter hier rumlaufen. Jupp. Die sind echt stark, die Typen. Boah, ey, die machen hier alles selber fertig. Hier ist ein Schnelligkeitstag. Mhm. Die könnt ihr euch eigentlich mitnehmen, ja. Warte. Was ist noch da in der Truhe? Alle haben voll die fetten Kanonen. Mhm. Ich habe einen Ritter. Von hinten kommen wieder Soldaten, ne? Ach, die Scheiße. Ich habe den Eiskas von hinten erwischt, den Ritter. Wow. Du bist tot? Ich werde umsingelt von diesen Römer-Ritten. Oh, die sind heftig. Römer-Ratten. Oh, ich bin tot. Oh, ne, ich dachte, ich bin tot. Also, ich bin definitiv tot. ich renne zu dir kannst du mich denn retten oder was ach du scheiße voll die schlacht hier die granate hat aber reingehauen wir voll ab hey da kommt noch so eine armee hallo und eine ist tot ich auch gleich die gegner enden hier nicht okay ihr seid wieder zu dritt wie stark ist er denn bitte? die sind irgendwie unbesiegbar du kannst ihn aufhauen so viel du willst aber irgendwie wird er nicht verletzt oh oh so ein riesenritter warte auf mich chaos warrior chaos warrior ja delicious delicious am so delicious so delicious okay puh oh das war ein kampf ey hoffentlich bin ich irgendwo in der nähe ja wir sind gleich da jo hey ich hab ihn gekillt du brauchst du Getränk? ja so ein Heilungsding ich hab dir eins gegeben ich hab dir eins gegeben oh danke bitte danke jetzt müssen wir ach ne das ist nicht die Stelle kommt später ja aber gleich ja warte mal irgendwo ist die ah nein du springst genau da rein oh fast aber dafür habe ich so einen riesenritter verletzt mit meiner Schottie okay ich glaube hier unten ist es besser sich nicht aufzuhalten ich komme gleich irgendwo ist noch so ein kleiner hinterhältiger assassin ja hab ich gerade gehört oh oh von rechts von rechts oben oder? ne hier oben ist ah ja 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 die kommen ja ok oben sind alle erledigt die sind jetzt alle unten oh ne die kommen auch von oben rum also was schon mal hilft ist so zur seite zu laufen ja und dann treffen die mich manchmal nicht ja oah leute phew ich habe jemanden befreit ah nein hier ist so ein Stecher stecher ach scheiße ja viel ja danke das ist voll der Stecher ne ah der kleine Kupferstecher ne mhm äh da ist die Kiste auf jeden Fall ok die Kiste ist immer da und da ist mein Abgang ok 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 ich habe genug Munition oder? ne boah ne ach du scheiße was haben wir jetzt hier ok wow also solange ich noch dieses Schnelligkeitsding habe heute ok warte ok jetzt habe ich es nicht mehr ok warte boah der hat der mit seinem grünen Zeug da ey ja ne wow ich bin fast tot oh oh ich habe ja immer stehen auf dieses Reweyhau auf dem dritten da dieses ja Viech ach du scheiße genau mich greift er an ok das war schon der zweite Boss oder? kann es sein? ja genau wir sollten oder? oder war es nur der erste? war der erste? oh ne boah guck mal wir sind alle fast tot scheiße das wird echt schwierig Wochen Heilo hier ist nichts aber in der nächsten Ebene kommt Heilo mhm lassen wir einfach hier oben bleiben ja ich würde erstmal hier abwarten ah das Problem ist ah da ist einer der ist runter gefallen oder können wir weiter gehen? ja doch wir können weiter wir können weiter fuck off fuck off get out get out jetzt sind wir noch ein Stück näher gekommen ja ich bin fast tot hier ist es hier wird es gefährlich ja ein Schlag hat gereicht und ich bin tot danke ok hier ist ein stärker getränk wow 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 was ist hier los? man schießt die müssen wir erledigen ja der ist down der ist down warte mal wo waren hier Getränke? einmal in dem Busch irgendwo hier im Busch ja im Busch und hier hier an der Statue liegt ein Heilungsgetränk ein assassins hier irgendwo ein Assassins hier irgendwo AAH AAH die kommen aus dem Nichts Leute Leute Wo seid ihr? Wir müssen zusammenbleiben auf jeden Fall. Ja, ich bin bei dir. Okay, habt ihr euch irgendwie geheilt? Nee, ne? Nee, nicht wirklich. Ich habe aber jemanden gerettet. Okay, das ist schon mal gut. Wo ich sehe gar nichts. Ich auch nicht. Du kaufst mal, oh, worry. Oh, ich bin tot. Ich auch gleich. Also komplett tot, ne? Nein! Scheiße! Zwerg, helb ich! Ja, 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 ja! Ja! Komm, das schaffst du, das schaffst du. Das gibt's doch nicht. Wie hart ist der? Ja, 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 ja! Leute, 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 Leute! Äh, gibt's da irgendwo Heilung oder so? Hier oben? Ja, ja, hier oben sind Getränke und diese Packs. Aber das sind auch Gegner. Oh ja. Ja, nehmt schnell die Dinger und heilt euch. Oh! Oh! Okay. Das gibt's doch nicht. Das gibt's einfach nicht. Nein, ich will nicht das Buch. Ich will Heilung nehmen. Oh! Scheiße, von hinten! Oh, fuck. Komm, rettet sie! Komm, rettet sie! Schnau! Oh! Ja, der rettet die. Der rettet euch. Nein, Sturm! Sturm. Ja, ich hab' ihn besiegt! Ich hab' ihn besiegt! Geil, 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 geil. Okay, ich hab' den Fettsack. Oh, Alter! Das war ein Kampf, Alter! Äh, warte mal, wer ist hier, ähm, wer hat nicht viel Leben? Ich hab' wenig. Ich kann einen heilen. Also, ich hab' eigentlich sehr wenig. Okay, warte. Danke. Boah, ey, das war ein Kampf, ey. Ey, das war, das war heftig. Okay, aber jetzt, ey, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt müssen wir echt in einer Ecke, Junge, bleiben. Ja, pff. Ja, unsere Lieblingsecke hier. Hier, geh mal hierhin. Mit dem Gnom. Okay, komm. Ja, also, also hier haben wir immer dieselbe Taktik, ne? Ja, ja, ja. Das hat eigentlich meistens immer funktioniert. Oh, ja. Klingelingelingeling, hier kommt der Iron Man. Ja. Hier, die kommen, hier, die kommen. Hier, es wird zu dunkel. Oh ja. Ah, ne, ne, gar nicht. Da kommen sie! Sind jemand... Ich hab den aufgehalten. Ich zieh nur die Metzler. Ja! Ich seh nur Leichen. Aber wir haben's schon mal geschafft. Diese Ritter mag ich nicht mehr. Diese Rattenritter. Ohja, die sind verdammt fies. Okay. Ich glaub das war die erste Welle, oder? Ohja. Da ist ein Gas Red. Ach du Scheiße. Ich hab ihn. Okay. Gibt's hier vielleicht... Gibt's hier vielleicht... Oh. Gibt's hier? Scheiße, ich bin fast tot. Ja, bleib bei uns in der Nähe dann. Können wir dich heilen. Okay. Das ist ein Schamane. Ja, der ist tot. Ich glaub wir haben's gleich geschafft. Ich glaub wir haben's gleich geschafft. Das ist ein Gas Typ. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein! Zwei Typen sind tot. Drei Typen. Ich auch. Scheiße. Der Zwerg ist unsere letzte Hoffnung. Ja, dieses Gas hat mich glaub ich gekillt. Mich auch. Das gibt's doch nicht. Scheiße, am Ende. Wo ist denn der? Wo ist denn dieser Zwerg? Keine Ahnung. Geil, wir leben wieder. Geil. Guter Zwerg. Also ich bin tot. Ganz tot. Mhm. Shit. Okay. Zwerg und ich leben noch. Boah, wie kommen denn da noch? Vergesst nicht deine Superattacke einzusetzen. Ja, ich hab keine Superattacke mehr. Scheiße. Ja. Ja, wir haben's geschafft. Boah, das war knapp. War richtig knapp, du. Könnt ihr mich irgendwie retten oder so? Ja, freilassen können wir. Ah, ja. Einen können wir freilassen. Oh, da kommen Gegner, Alter! Oh, ja. Ich geh, ich geh raus. Wo müssen wir denn raus? Hier, geradeaus, geradeaus. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Nach unten, ne? Ja. Also ich bin unten in Sicherheit, hoff ich. Schnell, Leute. O.K. Ja, ja, ich komm, komm. Einfach raus, einfach raus. Egal. Ach ne, oder müsst ihr zu viert raus? Ich glaube nicht, ne? Sicher? Ja, geschafft! Wow! Boah, das war ein Kampf, Junge. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist bei mir sehr erwünscht. Oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht, die Glocke bei YouTube zu aktivieren, sonst könntest du Videos von mir verpassen. Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du mir gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao Leute! Bis zum nächsten Mal.